Kleidung in einen Kissenbezug packen, um Übergepäck zu vermeiden? Bestimmt hast du davon schon mal gehört. Aber ist das erlaubt? Schauen wir uns den Ablauf am Flughafen einmal an. Als erstes gehst du wahrscheinlich zum Check-in. Hier kann eigentlich niemand was sagen. Als nächstes wirst du wahrscheinlich zur Sicherheitskontrolle gehen. Hier wird das Kissen durchleuchtet. Aber wenn auch wirklich nur Kleidung drin ist, dürftest du an dieser Stelle auch nichts befürchten. Die letzte Hürde ist die Besatzung an Bord. Aber auch hier sollte keiner ein Problem damit haben, wenn du es dir auf deinem Kissen gemütlich gemacht hast. Also all in one solltest du mit diesem Trick durchkommen. Und wenn du dich schon für Spartipps beim Reisen interessierst, dann ist sicher auch dieser Trick interessant. Wenn dein Flug nämlich Verspätung hat oder ausgefallen ist, kannst du über uns bis zu 600 Euro Entschädigung zurückbekommen. Unabhängig vom Ticketpreis. Link in der Bio.